Wir sind an einem kleinen Land, und die sich der Ränge gut bekannt hat, wird Luxusbüsch genannt. Er wird von Franz getragen. Das nennt ihr wohl. Von Claude. Den nennt der Zellwisch. Von Jean. Der Mann mit dem Kochbengel. Auch von Jean Claude. Der Big Boss. Mit uns zusammen sehen Sie Luxusbüsch. Wen wird Bogen gelöscht? Ein Tag zur Luxusbüsch. Und vorab ist neu. Wer bist du? Luxusbüsch. Gehen Sie starten mal umgucken. Was ist das? Das ist ein Bumm. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Drogenneip. Wart die wohl trehend? OUCH! Claude, da weißt du, als mal den Bogen gelöscht hat. Okay, du an de Franz, der hält die Sache herum total serie. Ma ja, Jean-Claude, da musst du doch wissen, wen Bogen gelöscht hat. Musik Also Jean-Claude, schum durch. Was machen die Luxusbücher da lo an dem Fall? Ma dat wat ze immer machen. Sie freuen sich, an die sind alle guete froh, meine Lieben. Wuhu! 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 Steig für die Luxusbücher 1 zu suchen. Steig für die Luxusbücher 1 zu suchen. Addy, 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 Addy. Uh-oh. Uh-oh.